Herzlich willkommen bei einem neuen Video und einem weiteren Teil zu Astrologie und Partnerschaft. Und wir haben uns ja die Venus beim letzten Video angeschaut und heute schauen wir, wie könnte es nicht besser passen, den Mars dazu an. Also wir schauen uns ja in dieser Serie an, wie die persönlichen Planeten, das heißt Venus, Mars, Merkur und die zwei Lichter Sonne, Mond, wie die jetzt sich auswirken auf Partnerschaft, auf was man da steht, was einem denn da gefällt, was einem da vielleicht auch nervt. Und heute schauen wir uns den Mars an. Und der Mars ist ja archetypisch, der Krieger ist ja das männliche Prinzip, die Venus ja mehr das weibliche, das Genießen und der Mars ist mehr so die Aktion. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie es denn drum steht, wenn man den Mars quasi in den verschiedenen Zeichen stehen hat und was das für Qualitäten in deinem Horoskop sind und was das aussagt. Und zur genauen Deutung sollte man natürlich noch sagen, da braucht man dann die Häuser dazu, aber es gibt da mal so eine Grundschwingung, eine Grundenergie. Also du hast dann schon mal zwei Energien, du hast den Archetypus und den Planeten und dann kann man sich das Haus dann noch als dritte Qualität anschauen im Horoskop. Aber das lassen wir jetzt weg, weil sonst wird es ein bisschen zu kompliziert. Also starten wir gleich mal mit Mars in Widder. Und Widder ist ja so das Heimatzeichen des Marses. Da ist man impulsiv, man ist ein Pionier, eine Pionierin. Man startet oft neue Projekte, man ist impulsiv, man ist schnell einmal für etwas entflammbar und das taugt einem auch recht. Aber das hat oft nur eine kurze Brenndauer. Das heißt, man fängt fünf Projekte an. Zum Beispiel ein Widder sagt jetzt, oh jetzt streiche ich diesen Kasten und dann nach der Hälfte des Kastens freut es ihn nicht mehr. Und dann bleibt der halb gestrichen stehen und irgendwann macht es vielleicht wer fertig oder wer anderer nicht. Aber das ist immer so ein neues Projekt. Starten, nur mit dem zu Ende bringen hat es dann wieder nicht oft so. Da brauchst du andere Aspekte dazu. Und da geht es natürlich auch darum, da geht es wirklich um das Tun. Da muss wer aktiv sein, da muss auch wer streiten können, und da muss auch wer mal im positiven Streiten auch nicht gleich mal so beleidigte Leberwurst spielen. Also da hätten wir natürlich ein Problem, da hättest du ja ein Quadrat, wenn du jetzt ein Krebsmaß hast, der da eher reduziert ist und so alles einen inneren Stress auch hat und dann kommt von außen auch noch so eine Widerenergie dazu. Da könnte es natürlich sein, dass man sich da nicht so gut versteht. Ja, schauen wir weiter. Also das ist so wie der Mars. Wenn wir jetzt den Mars im Stier haben, dann geht es natürlich darum, dass man sagt, okay, in der Partnerschaft heißt das dann natürlich auch, dass man sich leicht einmal eingesperrt fühlt, dass da durchaus eine Mobilität auch vielleicht im Heim sein sollte. Also vielleicht nicht so dieses fixe Eigenheim, sondern da könnte ich mir auch vorstellen, da gerne mal so trampen oder unterwegs sein auch mit dieser Energie. Aber da ist man nicht so der ganz häusliche Typ. Also das würde einen dann wahrscheinlich eher stressen, wenn diese Energie da immer so eingegrenzt ist. Also das macht ein bisschen Druck so auf die Wider drauf. Das heißt aber auch in der Partnerschaft, dass man da nicht so im klassischen Haus-Heim-Grenzen denken sollte. Also wenn man so einen Partner hat und man hat jemand, der sehr häuslich gestrickt ist, dann kann das natürlich zu gewissen Konflikten führen. Wenn die Marsenergie im Zwilling steht, dann geht es da natürlich um sehr viel Energieausdruck in der Kommunikation und im Denken. Dann kann es sein, dass man da ein bisschen so verhaspelt ist, dass man da schnell redet, dass man vielleicht auch ein bisschen unbedacht, ein bisschen aggressiv spricht, dass man eher so ein bisschen so schnappig ist und so ein bisschen härter im Ausdruck ist. Wenn man das aber weiß, dann kann man das ja ganz gut nehmen. Aber da geht es einfach wirklich jetzt um diese eher so schnelle Energie, auch ein bisschen vielleicht ungeduldig sein. Also da würde ich einfach mal schauen, auf die Kommunikation achten, wenn man den Mars so im Zwilling hat, weil das kann dann sein, dass andere einen dann ganz oft mal beleidigt sind und man weiß gar nicht warum. Wenn der Mars im Krebs steht, dann ist das eine Unruhe im Gefühl. Dann ist jemand eigentlich innerlich immer sehr aufgewühlt und das heißt nicht, dass er das unbedingt rausbringt. Also das ist so eine innere Unruhe, eine innere Bewegtheit im Gefühlsleben und das kann sich dann auch oft in so einer Unruhe äußern. Also da brodelt so ein bisschen in einem beziehungsweise ist dann auch jemand vielleicht auch sehr wankelmütig, also man ist sehr glücklich auf einmal und dann wieder sehr bedrückt. Also das ist so der Mars so im Gefühlsleben drinnen. Wenn der Mars im Löwen steht, dann ist man natürlich over the top. Also dann will man immer leben, jetzt und lustig soll es sein und da setzt man sich auch sehr dafür ein. Also das ist einem sehr wichtig, Feste zu feiern und feiern auch auszurichten und wirklich so das Leben in vollen Zügen auch zu genießen und das aber auch mit so einer richtigen Pioniersenergie. Das heißt, da möchte man selber auch anstoßen, dass man sich trifft, dass man wohin geht, dass man eben Feste fährt, dass man vielleicht auch andere einlädt dazu. Also das wäre so der Mars in der Löwe-Energie. Wenn der Mars in die Jungfrau reingeht, also Jungfrau und Mars, das ist wieder so eine Energie, die eigentlich ein bisschen so für Ängste sorgen kann. Das heißt, ich möchte vor, aber ich bin auch vorsichtig. Also Mars will ja nach vorne streben und wenn da die Jungfrau dabei ist, dann habe ich vielleicht so ein bisschen Ängste, Unsicherheiten, auch ähnlich. Das könnte bei Mars im Stirn übrigens auch noch zutreffen. Also dass ich mich vielleicht zurücknehmen muss, dass ich immer so das Gefühl habe auch, ich muss bei anderen mich, also ein bisschen so die Energie runterdrücken und runterfahren. Das ist so Mars in Jungfrau. Und ja, da ist immer so ein bisschen so ein Druck da. Also da mit der Durchsetzung auch, also da hat man auch oft das Gefühl, dass andere sich mehr durchsetzen oder mehr Raum nehmen als man selber. Man muss sich zu viel zurücknehmen und das ist eben so ein bisschen so ein Stresspunkt. Im guten, im Idealfall, also wenn ich jetzt sage, dieses Prepping, das ist ja so in aller Munde auch immer, ja, Sorge, also sei vorsichtig bei Blackout und Sorge davor. Also da würde der Mars natürlich in der Jungfrau passen, weil der rennt da wahrscheinlich in jedes Geschäft und räumt sich seinen, unter Anführungszeichen, Bunker oder Vorratskeller gut voll, weil der halt auch dann die Aktivität drinnen hat, in der Vorsorge halt auch, in dem praktischen Ansammeln von Dingen. Wenn der Mars in der Waage steht, dann ist man natürlich auch, dann ist man sehr ästhetisch, man sucht auch die Ästhetik auf eine Art und Weise und man ist so ein bisschen auch so, so ein bisschen spielerisch, verführerisch, also das ist schon so ein bisschen so dieser Flirt, dieses Casanova-mäßiges, also um es zu gendern, Casanovo und Casanova, wenn wir schon dabei sind, also das ist so ein bisschen so der Flirt und das macht dann Spaß, das ist auch so ein bisschen so die Freude an der Pirsch, an der Jagd. Wenn der Mars im Skorpion steht, ist das eine ganz andere Energie, dann brodelt es wieder, es brodelt aber nicht so wie im Krebs, wo ich sage, ich bin emotional unruhig, sondern dann brodelt es auch in den Vorstellungen, in den Fixierungen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da gewisse sexuelle Vorlieben hat, gewisse Spiele mag, also so SM-Sachen kommen da in den Sinn und dass man da wirklich so leidenschaftlich, lustvoll ist und da so auch so Dominanz-Spiele natürlich mag, mit dem Mars im Skorpion drinnen. Da kann es natürlich dann auch zu einer gewissen Dickköpfigkeit, einer gewissen Sturheit und einer gewissen Streithamelei kommen mit Pluto, also mit Skorpion, mit Mars im Skorpion. Wenn der Mars im Schützen ist, ist das natürlich die Potenz des Marses, also das ist die Potenzierung, das ist dieses zu hoch, zu weit, zu schnell, also das ist alles strebt er nach oben, weite Reisen, weite Philosophien, also auch im religiösen oder auch im Reisen, im weiten Reisen, dieses, es muss weiter sein, man kommt nie wirklich an, man wird nie wirklich zufrieden, man kommt nie wirklich zur Ruhe, man ist getrieben, aber sehr froh, auch in dieser Flexibilität, in dieser Getriebenheit. Also das ist so eine ganz, ganz offene Geschichte, wo man auch gerne also sich mit Partnerinnen, Partnern aus dem Ausland einlässt, also das ist auch so die Sinnlichkeit aus dem Ausland, könnte man sich das so vorstellen, wenn man da so Mars im Schützen drinnen hat. Wenn der Mars im Steinbock ist, dann geht es, natürlich fühlt man sich wohl im Arbeitsalltag, da etwas zu erreichen, da Ziele zu setzen, da auch wirklich Vollgas zu geben, sich auszupowern in der Arbeit und da ist man jetzt weniger der Romantiker, sondern mehr der, der sich in seine Tätigkeiten da reinhängt, in seine, in seine, ja, in seine Alltag, also nicht Alltagssachen, sondern wirklich in den Job richtig reinhängt und dem es auch wichtig ist, dass da, dass da sich was bewegt, dass da was nach vorne geht, dass, dass man da merkt, man ist immer, man ist immer unterwegs. Mit Mars im Wassermann ist es natürlich so ein bisschen dieses, ist es ein bisschen so dieses, dieses Suchen nach etwas Neuem, das kann man sich vorstellen, Mars, Wassermann, das ist auch so ein bisschen so die, der, der Wandel, so der Sexualität, das ist so die Aufhebung fast des Mars-Prinzips, also dieses, ich kann alles sein, zum Beispiel passt da ganz gut dazu, das heißt, da kann, dann neigt man oft einmal zu Gleichgeschlechtlichkeit, also gleichgeschlechtlichen Themen, also Homosexualität oder eben so diese, na, wer heißt es dann jetzt? Ich habe vergessen, non-binär, danke, ja, fällt einem dann doch noch ein, also das ist, dann sind wir noch so Aufhebungen von dieser Sexualkraft in dieses, wir sind alle gleich Gefühl rein oder es ist alles gleich Gefühl und das ist auch so ein bisschen so eine Vergeistigung der sexuellen Energie, kann natürlich zu ganz viel Stress, zu ganz viel, ja auch so neurotischem Verhalten führen, keine Frage, ne, weil alles, was nicht nach unten abfließen kann, steckt irgendwann mal rauf und da, da schießt es einen dann irgendwann die Sicherungen durch, wenn man das nicht gescheit transformiert. ja, und letzten Endes, der Mars in Fische ist so, er ist fast so abstinent, also dem ist Sexualität sicher nicht so wichtig, dieser Person, das ist auch vielleicht ein Verschmelzen, das ist auf der Seelenebene sehr wichtig, aber das ist die körperliche, verkörperte Erotik, Sexualität gar nicht so wichtig, sondern eher dieses, wie versteht man sich und das sind dann Leute, die vielleicht so ein bisschen so ins Asexuelle auch reingehen, also wo wirklich nicht so dieses, dieses Verlangen nach dem Anderen, nach dem Partner da ist. Also, ist eher so dieses reduzierte, ja, sehr, eigentlich auch weiche, also friedliche, unter Anführungszeichen, Energie ist das. na, das wäre so der Mars in den Zeichen. Sagen wir mal, wo dein Mars steht, was du für Erfahrungen hast, man muss natürlich, um es genau zu deuten, nochmal die Häuser dazu nehmen, aber das sind so mal so Grundinterpretationen des Tierkreises und des Mars. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann noch den Merkur an und dann haben wir wirklich so diese persönlichen Planeten da mal durchgesprochen in der Reihe Astrologie und Partnerschaft. Ich freue mich über einen Daumen hoch, abonniere gerne den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Eirini. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.